Heute kocht Heinz Saibling gebraten mit Aioli-Mayo, Fenchel-Karotten-Gemüse und Salzkartoffel Für die Aoli-Soße Gepressten Knoblauch Milch Eine Prise Salz Honig Essig Senf und Öl im Mixbecher mit dem Pürierstab zu einer dicken Mayonnaise rühren Ist die Mayonnaise zu dick, dann mit wenig Milch verdünnen Ist die Mayonnaise zu dünn, dann unterrühren mit Öl andicken Zubereitung des Fenchel-Karotten-Gemüse Den Fenchel der Länge nachhalbieren Vom Strunk befreien und quer in Scheiben schneiden Die Karotten schälen und in Stangen schneiden Das Gemüse mit Butter Knoblauch und Brühe Zugedeckt circa 15 Minuten weich dünsten 15 Minuten vor dem Essen Die Saiblingsfilet mit kaltem Wasser abrausen Dann mit Küchenpapier trocken tupfen Mit Zitronensaft Salz und Paprika würzen, dann auf beiden Seiten in Mäh tauchen Und hier kann man das bei der Bühne heißen Pfanne das Öl erhitzen. Die Filets auf der Hautseite knusprig anbraten. Dann Butter dazu geben. Nach ca. 4 Minuten Bratzeit die Filets umdrehen und noch eine Minute braten. Infolge auf eine vorgewärmte Platte anrichten und im Ofen bei 60 Grad. Warm stellen. Die Filets auf der Leitungen und der Leitungen Cool跟 der Leitungen aus dem Ofen bei 60 Grad. Der Leitungen ist in der Leitungen. Jetzt wird die Filets und Lappen gezwungen. Bis zum nächsten Mal.